In den USA erschüttert eine grausame Mordserie ein amerikanisches Küstenidyll. In den USA werden 2.000 bis 3.000 Frauen vermisst. Und wie viele davon im Wald von Truro liegen, wissen wir nicht. Unvorstellbar grausame Verbrechen. In einer Tüte lag ein abgetrennter Kopf. Begangen von einem Serientäter mit unstillbarer Mordlust. Er war sehr stolz auf seine Taten. Was trieb ihn zu seinen Morden an? War er geisteskrank? Wurde der Täter schon als Mörder geboren? Mordlustion Die Täter In den 1950er und 60er Jahren ist Provincetown an der Spitze der Halbinsel Cape Cod in den USA ein friedliches Hafenstädtchen. Provincetown ist eine Kleinstadt, Fischerort und Künstlerkolonie. Sehr idyllisch. Im Juli und August kamen viele Touristen. Im Winter war hier absolut nichts los. Ein typischer Fischerort, in dem einer den anderen kannte. Wenn man etwas falsch machte, wusste sofort die ganze Stadt Bescheid. Charlie Sousa, wenn du es wagst, die Zigarette in den Mund zu stecken, sage ich deinem Vater Bescheid. Als ich dort aufwuchs, kannte jeder jeden. Und Kriminalität war uns unbekannt. Ende der 60er Jahre entwickelt sich das verschlafene Städtchen zu einem Anziehungspunkt für die neu entstandene Hippie-Kultur. In Provincetown konnte traditionell jeder machen, was er wollte. Die Pilger aus England, die vor religiöser Verfolgung flohen, landeten zunächst hier und waren in Sicherheit. Provincetown zog die ungewöhnlichsten Typen an. Künstlertypen. Und die Fischer haben ihnen so einiges nachgesehen. Auch die 18-jährige Einheimische Sydney Monson genießt die liberale Atmosphäre. Sydney war sehr spontan in allem, was sie tat. Vieles geschah aus einer Laune heraus. Sie war sehr hübsch, hatte lange, braune Haare und war ein offener, freundlicher Typ. Doch im Mai 1968 verschwindet sie plötzlich spurlos. Sydney ging aus und kam nie mehr zurück. Wir machten uns alle große Sorgen, was passiert sein könnte. Sie war einfach weg. Einige deuten ihr Verschwinden als Zeichen der Zeit. Nichts Ungewöhnliches. Junge Leute verschwanden damals oft, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen. So was kam häufiger vor. Erst dachten alle, sie hätte vielleicht jemanden kennengelernt und wäre mit ihm durchgebrannt. Aber irgendwann war es doch seltsam. Und Sydney ist nicht die einzige, die aus der Gegend verschwindet. Acht Monate später verschwinden zwei junge Frauen aus Rhode Island, die in einer Pension in der Stadt übernachtet haben. Die beiden wurden als vermisst gemeldet. Mary Ann Wysocki und Pat Walsh. Sie wollten nur ein Wochenende wegbleiben, erschienen am folgenden Werktag aber nicht zur Arbeit. Daraufhin meldeten ihre Eltern sie als vermisst. Eine von den beiden war Lehrerin. Sie wollten sich ein schönes Wochenende machen und verschwanden. Die Eltern schworen Stein und Bein, dass dieses Verhalten ihrer Töchter absolut ungewöhnlich sei. Die beiden waren nicht die klassischen Ausreißerinnen. Patricia Walsh und Mary Ann Wysocki sind beide Mitte 20 und seit Jahren befreundet. Die Ermittlungen führen auf die Spur eines Einheimischen. Man hatte sie zum letzten Mal mit einem gewissen Tony Costa gesehen. Er war der Letzte, der sie gesehen hatte. Also erhoffte man sich Informationen von ihm. Detektiv Bernie Flynn und State Trooper Tom Gunnery werden mit den Ermittlungen beauftragt. Wir begannen unsere Suche in der Pension, in der sie abgestiegen waren. Anton Costa hatte dort ebenfalls gewohnt. Anton Tony Costa ist 24 Jahre alt und in der kleinen Stadt nicht unbekannt. Ich erinnere mich an ihn, als wir noch Kinder waren. Er war immer ein bisschen anders als die anderen und sehr in sich gekehrt. Er war ein Einzelgänger. Ich weiß noch, dass er sich mit Tierpräparation beschäftigte. Er gab damit an, dass er durch die Straßen fuhr und überfahrene Tiere einsammelte. Jemand erzählte mir, er hätte auf einem Campingausflug einen Waschbären geschossen und mitgenommen, weil er ihn zu Hause ausstopfen wollte. Nachts ging er auf die Jagd nach Kaninchen und Eichhörnchen, die er später zerlegte oder was auch immer er mit ihnen machte. Er war seltsam. Costa heiratet, aber die Ehe zerbricht und er landet im Gefängnis, weil er keinen Kindesunterhalt zahlt. Er war verheiratet und hatte zwei kleine Kinder. Von Beruf war er Schreiner. Er arbeitet mal hier, mal da. Ein Allrounder, könnte man sagen. Tony Costa hat inzwischen sein Zimmer in der Pension gekündigt und die Stadt verlassen. Wir durchsuchten sein Zimmer. Im Schrank fanden wir ein Seil mit Blutflecken. Jetzt hatten wir einen Verdächtigen. Während die Suche nach den vermissten jungen Frauen weitergeht, ahnt niemand, welcher Horror noch bevorsteht. Im Januar 1968 verschwinden Patricia Walsh und ihre Freundin Mary Ann Wysocki während einer Reise nach Provincetown auf Cape Cod. Zeugen haben sie zuletzt mit dem 24-jährigen einheimischen Tony Costa gesehen, einem Einzelgänger, der sich für Tierpräparation interessiert. Bei ihren Ermittlungen stößt die Polizei an einem unerwarteten Ort auf Spuren der jungen Frauen. Mitten im Wald der Nachbargemeinde Truro. Das ist der Friedhof von Pine Grove. Schon seltsam, dass so weit draußen ein Friedhof ist. Der Wagen der Frauen wurde an der Straße zum Friedhof gefunden. Am Tag ihres Verschwindens wird Patricia Walshs VW Käfer auf einem Feldweg hinter dem alten Friedhof entdeckt. Der Wagen wurde von einem Anwohner entdeckt. Ein fremdes Auto in dieser Gegend. Das fiel auf. Der Anwohner ruft bei der örtlichen Polizeidienststelle an und berichtet von seiner Entdeckung. Chief Barrio sah sich den Wagen an und überprüfte, ob er als gestohlen gemeldet war, was nicht der Fall war. Wenige Tage später ist der Wagen verschwunden. Von den beiden jungen Frauen immer noch keine Spur. Der Wagen wurde gesehen, aber nicht die Frauen. Bei den Ermittlern schrillen alle Alarmglocken. Wir konnten nicht sicher sein, dass es sich um ein Verbrechen handelte. Aber es war schon äußerst verdächtig, dass das Fahrzeug auf einmal weg war. Und wieder kommt Tony Koster ins Spiel. Mehrere Zeugen sahen ihn in dem Auto. Koster taucht mit dem Wagen in einer Autowerkstatt auf und stellt dort eine verdächtige Frage. Er erkundigte sich, was es kosten würde, den Wagen neu lackieren zu lassen. Danach verlässt der junge Mann die Stadt. Was nicht unüblich für ihn ist. Damals hatte er mit Drogen zu tun. Ende der 60er war es in der Drogenszene üblich, mal eben nach Kalifornien oder nach New York zu fahren. Einfach so, ganz spontan. So war das. Doch Tony Koster ist nicht der übliche Hippie-Aussteiger. Der Mann mit dem Fable für ausgestopfte Tiere hält sich selbst für einen Intellektuellen. Tony war sehr intelligent und drückte sich stets gewählt aus. Wenn er nicht high war, war er durchaus denkfähig. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm unterhalten. Es war anstrengend. In einer Diskussion musste er immer Recht behalten. Ganz egal, worüber man sprach. Er wusste alles besser. Und weil die Leute darauf keine Lust hatten, blieb er meist für sich. Doch bei jungen Frauen kommt der gut aussehende Tony Koster mit seiner philosophischen Art bestens an. Er war ein gut aussehender Kerl. Er hatte etwas von einer Porzellanfigur. Die junge Bonnie Callis lernt Koster kennen, als sie bei ihrem Vater in der Arztpraxis arbeitet. Ich sah ihn morgens, wenn ich zur Arbeit kam und abends, wenn ich nach Hause ging. Er strich die Hausverkleidung und ich hatte immer Angst, Farbe abzukriegen. Tony war kein Kostverächter. Ich war damals 17 oder 18 und Tony fragte meinen Vater, wer ist die Kleine? Mein Vater entgegnete, das ist meine Tochter und du lässt die Finger von ihr. Das war nicht der Typ Mann, den mein Vater sich für mich vorstellte. Im Wald rund um den alten Friedhof von Truro wird eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Damals ahnten wir nicht im Ansatz, was geschehen war. Wir hatten Suchmannschaften zusammengestellt. Nationalpark-Ranger, örtliche Polizei, State Police, Hundestaffeln, Hubschrauber. Und wir wurden ziemlich schnell fündig. State Trooper Tom Gunnery entdeckt eine verdächtige Mulde im Waldboden. Die Mulde war etwa so tief und nicht vollständig mit Erde aufgefüllt. Sie war etwa drei Meter von der Straße entfernt. Ich fing an zu graben und stieß auf eine grüne Sporttasche. Unter der Tasche fanden wir Leichenteile. Abgetrennte Körperteile. Wir haben das Grab einer nicht identifizierten Frauenleiche gefunden. Der Täter hat die Leiche in acht Teile zerstückelt und die Sexualorgane entfernt. Es handelt sich bei der Toten jedoch nicht um Patricia Walsh, Mary Ann Wysocki oder Sidney Monson. Sie wurde später als Susan Perry identifiziert. Die 19-jährige Susan Perry gilt seit fünf Monaten als vermisst. Ihre Familie lebte in Provincetown. Sie stammte von hier. Damals war sie mehrfach mit Tony Costa ausgegangen. Tony Costa wird seit ihrem Verschwinden mit Patricia Walsh und Mary Ann Wysocki in Verbindung gebracht, weil man ihn im Fahrzeug der beiden gesehen hat. Um seine Unschuld zu beteuern, kehrt er plötzlich nach Provincetown zurück. Wir fragten ihn, wann er die beiden Frauen zuletzt gesehen habe. Er behauptete, eine der beiden wolle eine Abtreibung vornehmen lassen und sie seien auf dem Weg nach Montreal. Es war das reinste Katz-und-Maus-Spiel. Seine Aussagen widersprachen sich. Er behauptete, die Frauen hätten ihm den Wagen geliehen, solange sie in Kanada wären. Dann sagte er, er hätte das Auto gekauft. Die Ermittler sind überzeugt, dass Costa in die Sache verwickelt ist und von seiner Spur ablenken will. Er änderte seine Geschichte immer wieder, um seine Spuren zu verwischen. Er wollte uns überlisten. Tony Costa ist nach Provincetown gezogen, als er in die Oberstufe kam. Viele der Einheimischen kennen ihn, aber es gelingt ihm nicht, sich wirklich zu integrieren. Ich stamme aus Provincetown. Aber wenn man wie er erst mit 18 hierher kommt, wird man immer als Zugezogener gelten. Er war eben niemand von hier. Ich sehe Tony vor mir, wie er am Schreibtisch sitzt, die Hände brav darauf gefaltet. Er war gut 1,80 groß, muskulös, ein ruhiger, zurückgezogener Zeitgenosse. Im Schulbus saß er immer ganz hinten, immer allein. Er hatte nichts mit uns anderen zu tun. Seltsam. Ich frage mich, wieso ich ihn nicht besser kannte. Unsere Schule war klein und ich kannte eigentlich alle neunt Klässler. Aber er war ein Einzelgänger. Tony Costas Familie stammt zwar aus Provincetown, doch er wächst im Großraum Boston auf. Sein Vater war bei der Navy. Er ertrank im Einsatz. Bei Costa wird später eine schizoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Personen, die sich von sich aus abschotten und wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, tendieren dazu, sich Berufe zu suchen, in denen sie alleine arbeiten können. Bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung fehlen der Person emotionale Beziehungen zu ihrer Umgebung. Sie tendieren zu einzelgängerischem Verhalten und legen keinen Wert auf gesellschaftliche Normen. Aber es scheint einen weiteren Grund dafür zu geben, dass Tony Costas den Großraum Boston verlassen hat. Und zwar nicht ganz freiwillig. Offensichtlich hatte er mehrfach versucht, Mädchen, die mit ihm auf sein Zimmer gekommen waren, mit einem Kissen zu ersticken. Angeblich hat er, als seine Mutter zu Besuch bei einer Freundin war, das Nachbarsmädchen gefesselt. Kurz bevor er nach Provincetown zurückkehrt, wird Costa dabei erwischt, wie er in das Zimmer einer 14-jährigen Nachbarin einbricht. Sie erwacht jedoch und er flieht. Später gesteht er, dass er zwei Jahre zuvor dasselbe Mädchen gefesselt und ausgezogen hat. Solche Rituale gehen häufig dem ersten Mord voraus. Wenn ein Täter sein Opfer fesselt, bringt er es unter seine Kontrolle. Und so etwas ist fast immer ein Vorzeichen dafür, dass in Zukunft diese Person noch etwas viel Schlimmeres tun wird. Ich glaube, er wurde damals vor Gericht gestellt. Vielleicht hat ihm der Richter geraten, besser die Stadt zu verlassen. Und so kehrte er zurück nach Provincetown. In der Oberstufe beginnt der 18-jährige Toni Costa eine Affäre mit einer 13-jährigen Schülerin. Mit 14 heiratet ihn das Mädchen. Er holte seine Freundin jeden Tag von der Schule ab. Sie war gerade mal im achten Schuljahr und das war das Besondere. Normalerweise ging man mit niemandem aus, der so viel jünger war. Maximal mit jemandem, der zwei Stufen unter einem war, also zwei Jahre jünger. Als 20-Jähriger hatte er seine 14-jährige Frau absolut unter Kontrolle. Und genau das wollte er. Eine fügsame Partnerin. Nicht etwa eine Frau mit eigenen Vorstellungen und Ideen. Nein, sie musste ihm unterliegen sein. Und auch mit Mitte 20 besteht Kostas Freundeskreis überwiegend aus Teenagern. Wahrscheinlich ertrug er die Leute in seinem Alter nicht. Mit denen verbrachte er jedenfalls nie seine Zeit. Kosta besaß etwas, das viele Teenager äußerst verlockend fanden. Er rauchte Marihuana und besaß seine eigene kleine Plantage. Anton Kosta hatte einen richtigen Marihuana-Garten. Das war in dieser Gegend leider nichts Ungewöhnliches. Man war sehr freigebig mit seinen Drogen. Vor allem Marihuana. Alle haben Pott geraucht. Alle. Das fanden die jungen Leute spannend. Und mit seiner eigenen Plantage war Tony natürlich eine Verlockung für die Kids. Die Marihuana-Plantage befand sich im Wald unweit des alten Friedhofs von Truro. In derselben Gegend war der Wagen der beiden vermissten Frauen aus Rhode Island gesehen und der Leichnam von Susan Perry gefunden worden. Sehr abgelegene Gegend. Weit ab vom Schuss. Nachts kann man dort nicht die Hand vor Augen sehen. So weit weg ist man von allen Lichtern. Die Ermittler gehen davon aus, dass Kosta für das Verschwinden von Patricia Walsh und Mary Ann Wysocki verantwortlich ist. Doch sie können ihm kein Verbrechen nachweisen. Die Polizei nahm ihn immer wieder in die Mangel und verhörte ihn zu dem Fall. Wir stellten ihn als Hauptverdächtigen unter Beobachtung. Sechs Wochen nachdem die beiden Frauen verschwunden sind, taucht auf einmal in Provincetown ein Telegramm auf, das an Tony Costa adressiert ist. Darin steht, was war los? Wir haben wie geplant gewartet. Ist bei dir alles in Ordnung? Wir treffen uns wie vereinbart in New York City. Liebe Grüße, Pat und Mary Ann. Doch hinter diesem Telegramm steckt mehr. 1969 kommt es in den Waldgebieten von Cape Cod zu einer groß angelegten Suchaktion nach den verschwundenen Frauen Patricia Walsh und Mary Ann Wysocki. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-jährige Tony Costa mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang steht. Doch ein Telegramm an den Mann lässt darauf schließen, dass es den beiden Frauen gut geht. Detective Flynn sagte zu Tony Costa, wenn sie den beiden nichts getan haben und es ihnen gut geht, sagen sie ihnen, sie sollen sich bei uns melden. Schließlich traf im Hause von Costas Mutter ein Telegramm ein, das sie sofort zur Polizei brachte. Die Polizei kann ermitteln, dass das Telegramm in New York abgeschickt wurde. Wir schickten einen unserer Detektives los, um herauszufinden, wer das Telegramm geschickt hatte. Es war Tony Costa selbst gewesen. Aber unterschrieben war es von den beiden Frauen aus Rhode Island. Es kommen weitere Details zum Vorschein. Einem der Mädchen, die seine Plantage sehen wollten, hatte er offensichtlich einen Pfeil in den Rücken geschossen. Er hatte Pfeil und Bogen dabei und schoss ihr einfach einen Pfeil in den Rücken. Das Mädchen hatte Glück. Der Pfeil drang nicht tief ein. Sie wurde nicht schwer verletzt. State Trooper Tom Gunnery und seine Kollegen intensivieren ihre Ermittlungen im Wald von Truro. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, bei der Suche zu helfen. Man sollte alles auffällig in den Polizisten melden, die vor Ort waren. Wir suchten alles ab, denn wir wussten, dass er hier schon mehrfach Frauen hingebracht hatte. Alle sieben bis zehn Meter war einer von uns. Mir fiel ein großer Baum auf, an einer Stelle, die sich perfekt für ein Picknick geeignet hätte. Um den Baum gewickelt waren Seile. Wir hatten ja bereits in seinem Schrank ein Seil mit Blutflecken gefunden. Dann sah ich dieses Seil um den Baum. Und ich hatte die Eingebung, dass man hier graben müsste. Also fing ich an zu graben. Schnell stieß ich auf Pillenröhrchen und Drogen zu Behörden. Und darunter entdeckte ich etwas, das wie menschliche Haut aussah. Die grausige Wahrheit kommt nach und nach zum Vorschein. Unter den Drogenutensilien lag eine Plastiktüte, in der ein menschlicher Kopf war. Detective Flynn übernimmt. Er wischte den Schmutz von der Haut, von Augen und Mund und sagte dann, das ist der Kopf von Marianne Wysocki. Was für ein Horror. Absoluter Irrsinn. Schnell müssen die Ermittler feststellen, dass in diesem Grab nicht alle Teile von Marianne Wysocki liegen. Es war wie ein Puzzle. Uns fehlten aber noch Teile des Puzzles, also gruben wir weiter. Es wird ein zweites Grab entdeckt. Diesen Augenblick können die Anwesenden bis heute nicht vergessen. Von dem Grab ging ein stechender Geruch aus. Er setzte sich in der Nase fest. Ich rieche ihn jetzt wieder, wo ich hier stehe. In dem zweiten Grab werden die fehlenden Überreste von Marianne Wysocki entdeckt, sowie Patricia Walsh, deren Leiche in Hüfthöhe zerteilt ist. Doch damit nicht genug. Eine weitere Entdeckung löst einen Fall, den die Ermittler bereits seit zehn Monaten bearbeiten. Da war eine weitere Leiche. Es handelte sich um Sydney Monson. Sie lag unter den beiden anderen Mädchen. Die 18-jährige Sydney Monson ist mit Tony Costa befreundet gewesen. Nun liegt ihre zerstückelte Leiche in einem Grab im Wald bei Truro. Ich konnte es nicht fassen. Ich war am Boden zerstört. Wir waren eine Weile zusammen gewesen. Ich konnte nicht glauben, dass ihr so etwas zugestoßen war. Sie war ein ganz besonderer Mensch für mich. Die grausamen Funde machen landesweit Schlagzeilen. Es war überall in den Nachrichten. Die Leichen lagen seit vermutlich sechs bis neun Monaten dort. Wir wissen nicht, was sich in diesem Zeitraum abgespielt hat. Wenn sich herumspricht, dass es in einer Kleinstadt einen Mord gab, ist es so, als bliebe die Zeit stehen. Alle waren schockiert. Ernsthaft schockiert darüber, wie jemand so etwas tun kann. Der Fall machte landesweit Schlagzeilen, vielleicht sogar weltweit. Alle Beweise deuten auf Tony Costa. Er wird sofort festgenommen. Auf einigen der abgetrennten Leichenteile scheinen sich Zahnabdrücke zu befinden. In der Autopsie ergibt sich, was der Täter mit den Leichen der Frauen gemacht hat. Wenn man Leichenteile einzeln im Wald liegen sieht oder auf Polizeifotos, dann sind es nur Teile von irgendwas. Aber wenn sie zusammengesetzt und gereinigt auf den weißen Fließen in der Pathologie liegen und man die Todesangst in den Gesichtern der jungen Frauen sieht, das ist ein Anblick, den man nicht mehr vergisst. Das vergisst man nicht. Ich war bei der Autopsie dabei. Ich habe in meinem Leben viel Schlimmes gesehen. Aber das, muss ich sagen, war das Allerschlimmste. Fragen nach dem Geisteszustand des Täters werden laut. Es ist leichter, eine Leiche einfach nur zu vergraben, als sie vorher auch noch zu zerstückeln. Denn das ist ein großer Aufwand. Man braucht Kraft und geeignetes Werkzeug. Das Zerteilen besitzt also eine große Wichtigkeit für den Täter. Der Täter will sein Opfer ganz besitzen. Und was liegt da näher, als sich einen Teil seines Körpers aufzubewahren? Eine größere Intimität gibt es nicht für den Täter, der noch über den Tod hinaus mit seinen Opfern sozusagen vertraut verkehren möchte. Wie grausam muss das gewesen sein. Niemand konnte sie schreien hören. Tony Costa hat seine Opfer teilweise gehäutet und ihre inneren Organe zerstört oder entfernt. Costa war Tierpräparator. Er interessierte sich für tote Lebewesen und ihre inneren Organe. Er entfernte sie und stopfte die Tiere anschließend aus. Ähnlich ging er mit seinen Opfern vor. Er verstümmelte sie. Die Tätigkeit einer Person spiegelt ihre Persönlichkeit wider und nicht umgekehrt. Die Persönlichkeit ist immer zuerst da. Bei Costa kamen sie zusammen mit einer morbiden Besessenheit vom Tod und allem, was damit zusammenhängt. In Cape Cod erinnert man sich, dass Costa immer schon durch seltsame Verhaltensweisen auffiel. Er wohnte im dritten Stock eines Hauses im Norden von Churu. Immer wieder verschwanden in der Gegend Katzen und schließlich kam heraus, dass Costa dafür verantwortlich war. Was auch immer er den Tieren angetan hat, es war sicher nicht schön für sie. Doch Tony Costas Mordmotive entstammen nicht nur reiner Lust am Töten. Er tötete die Frauen und verging sich danach an ihnen. Zum Verhandlungsauftakt herrscht großer Presserummel. In den USA werden 2.000 bis 3.000 Frauen vermisst. Und wie viele davon im Wald von Churu liegen, wissen wir nicht. Ganz sicher genoss er es, im Brennpunkt des Interesses zu stehen. Im Verlauf der Verhandlung wird Costa auch zum Ort seiner Verbrechen gebracht. Die Geschworenen brachten ihn her. Hier herrschte an diesem Tag ein Betrieb wie in der Stadt. Es war alles voller Polizei. Er vermittelte mir nachhaltig den Eindruck, dass er stolz auf seine Taten war. Sehr stolz sogar. Costa bestreitet jedoch, die Morde begangen zu haben. Sein Anwalt plädiert auf Schuldunfähigkeit wegen Drogenkonsums. Sein Verteidiger führte an, er litte durch seinen Drogenkonsum an einer Geistesstörung. Costas Tablettenabhängigkeit hätte auch dazu geführt, dass er bei seinem Arzt eingebrochen sei. Er war bei Dr. Callis in Wellfleet eingebrochen. Dort stahl er Arztbedarf und Medikamente. Das war die Tür der Notfallaufnahme. Und das die Doppeltüren, wo die Krankenwagen halten konnten. Durch dieses Fenster ist Tony eingebrochen. Auf dem Flur ganz hinten befand sich ein verschlossener Schrank. Drei Meter lang, einen Meter breit. Darin waren die Medikamente eingeschlossen. Da große Mengen an Medikamenten entwendet wurden, weist Costas Verteidiger darauf hin, dass der Konsum dieser Mittel seinen Mandanten stark verwirrt habe. Natürlich kann der Einfluss von Drogen zu einem aggressiven Verhalten führen. Es gibt Serienmörder, die sich der Polizei stellten, weil sie unter Drogeneinfluss jemanden töteten, den sie nicht töten wollten. Aber nur Drogenkonsum allein macht niemanden zum Mörder. Wer allerdings mit dem Gedanken spielt, jemanden umbringen zu wollen und dann Drogen konsumiert, verliert natürlich seine Hemmungen. Sein Anwalt versuchte, Strafmilderung herauszuschlagen. Costas Drogenproblem habe eine Geistesstörung verursacht. Aber sein Drogenkonsum spielte hierbei, wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle. als enthemmende Komponente. Viele Mörder betäuben sich vor ihren Taten. Aber Drogenkonsum ist nie die Ursache für Mord. Drogenkonsum ist nur die Ursache für enthemmtes Verhalten. So wie Costas vor Gericht auftritt, nimmt man ihm auch keine Geisteskrankheit ab. Er war gestört, aber nicht geisteskrank. Und das hat er vor Gericht eindrücklich bewiesen. Er war kalt und arrogant. Ich werde nie vergessen, wie er auf der Anklagebank saß und sich Notizen machte. Da war keinerlei Emotion. Gar nichts. Offensichtlich glaubt Costas, er müsse ins Geschehen eingreifen. Also steht er auf und gibt eine Erklärung ab. Nach dem Fund von vier verstümmelten Leichen im Wald bei Provincetown Cape Cod wird der einheimische Tony Costa festgenommen und vor Gericht gestellt. Seine Verteidigung plädiert auf eingeschränkte Schuldfähigkeit wegen starken Drogenkonsums. Doch der Angeklagte beschließt, sich selbst vor Gericht zu äußern. Solche Täter glauben immer, sie könnten die Geschworenen auf ihre Seite ziehen. Außerdem wollen sie die Kontrolle behalten. Und wenn sie narzisstisch sind, trauen sie ohnehin niemand anderen zu, sie so gut verteidigen zu können, wie sie selbst sich verteidigen können. Daher glauben solche Täter, dass sie durch ihre Aussage die Lage unter Kontrolle haben und das Geschehen beeinflussen können, was natürlich nicht stimmt. Aber das kommt bei narzisstisch gestörten Menschen nicht an. Koster hielt ein kurzes Referat über die Schädlichkeit von Drogen. Schön und gut. Als er fertig war, flüsterte Lieutenant Killen mir zu, jetzt wird es schwer für sie zu beweisen, dass er verrückt ist. Mit seinen Ausführungen hat er gerade allen gezeigt, wie rational und wortgewandt er war. Ich schätze mal, dass seine Verteidigung von seiner eigenmächtigen Aussage nicht sehr angetan war. Und dennoch wirkt das, was der Täter den ermordeten Frauen angetan hat, wie das Werk eines Geisteskranken. Wenn man sich ansieht, was Koster am Tatort veranstaltet hat, er schnitt einem Opfer das Herz heraus und platzierte es an der Stelle der Genitalien, könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass das das Werk eines Geisteskranken war. Doch Koster war nicht geisteskrank. Sein Verhalten war abnorm, keine Frage. Aber er hörte keine Stimmen oder hatte Wahnvorstellungen. Er war einfach schwer gestört und litt unter primitivsten Fantasien. Man spricht in diesem Fall von Regression. Die blutigen Details haben mich und auch die Geschworenen sehr abgestoßen. Tony Kostas Verteidigung wollte nicht, dass ihm die Fotos der verstümmelten Leichen gezeigt werden. Doch er selbst war natürlich einverstanden. Denn das war sein Werk. Das war ganz bezeichnend für ihn. Dieser kalte, seelenlose Mann genoss es, seine Taten noch einmal zu bewundern. Die Geschworenen kommen zu der Entscheidung, dass Tony Koster wusste, was er tat, als er die vier Frauen ermordete und verstümmelte. Man geht davon aus, dass er für weitere Morde verantwortlich ist, was jedoch nicht bewiesen werden kann. Was hat den jungen Mann dazu getrieben, diese Gräueltaten zu begehen? Wurde er als Mörder geboren? Ich glaube nicht, dass ein Mensch als Mörder geboren wird. Aber es gibt Menschen, die töten. Tony war krank. Aber ich glaube, er kannte den Unterschied zwischen richtig und falsch. Unterm Strich würde ich sagen, die Drogen haben seine Persönlichkeit und sein Verhalten verändert. Doch in seinem Gehirn ging es vorher schon um Töten und Quälen. Ganz klar. Was hat er diesen Mädchen angetan? Er hat sie nicht einfach erschossen und begraben. Nein, er hat sie zerstückelt. Und sowas lässt sich nur mit einer geistigen Störung erklären. Geisteskrank war er nicht. Er litt nicht unter Realitätsverlust, aber sehr wohl unter einer schweren Störung. Tony Costa wurde sicher nicht als Mörder geboren. Aber es gab einige Faktoren in seinem Leben, sein perverses Interesse am Tod und allem, was dazugehört, die ihn in diese Richtung trieben. Er hatte kranke Fantasien, die er nicht für sich behielt, sondern auslebte. Vorherbestimmung würde ich das nicht nennen. Allerdings liegt solchem Verhalten eine neurologische Komponente zugrunde und ein bestimmtes sexuelles Erregungsmuster. Die meisten Menschen, die an dieser Abnormität leiden, sind jedoch in der Lage, ihre Fantasien nicht ausleben zu müssen. Doch genau das tat Costa. Er war das fleischgewordene Böse. Seelenlos, mitleidlos, erbarmungslos. Ich habe nie zuvor so jemanden erlebt. Er war kein Mensch, er war ein Automat. Dieser Mann war vollkommen irre und außerordentlich böse. 1974 wird Tony Costa erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gesamt